Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild mit mir, dem Poterzo. Mensch, was für eine Überraschung. Wuuui, das wollte ich nicht, aber es ist lustig, was passiert hier. Schenk fest. Okay, das macht man nicht nochmal. Ja, ich habe vergessen die Aufnahme jetzt nicht zu starten, aber eine Begrüßung dazulassen. Wir haben nicht viel gemacht, wir haben ein bisschen geredet, nochmal geguckt, was wir machen müssen, um den Donnerhelm zu bekommen. Und habe mich soeben selbst dazu entschlossen. Das mache ich nicht in dieser Session. Das machen wir irgendwann anders, wenn wir die Mission nach und nach abgehen. Ähm, ich habe jetzt gerade aktuell erstmal Lust, noch die letzten zwei Regionen, ähm, zu reisen. Und dabei möchte ich hier nochmal durch die Wüste und zwar erstmal zum Sandtroppenrennen, bevor wir dann uns hier, äh, warte mal, Y? Nein, das hier, genau. Bevor wir uns dann auf den Weg machen in die Wüste, ne, also das Sandtroppenrennen will ich machen. Den Schrein hier noch holen. Vielleicht nochmal auf die Düne hier drauf gehen, weil, ne. Und dann, ja, hier noch alles bereisen, um dann letztlich hier reinzugehen, den Berg und dann werden wir eh weiter sehen müssen, wie es weiter verläuft. So, aber vorerst können wir noch ein paar Sachen abgeben, das lassen wir mal schnell gucken. Ne, da war es zwei von. Gut, gut, gut. Hast du noch was Schönes für uns? Ich glaube, nein. So. Dann werden wir mal schauen, dass wir jetzt hier rauskommen. So, dann ziehen wir uns ganz unauffällig, äh, 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 ziehen wir uns ganz unauffällig erstmal wieder um. Und dann ziehen wir, äh, 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 das an. Für die Wüste. Dass ja, dass gerade die Sonne untergeht. Das ist natürlich belastend. Aber dann ziehen wir uns wieder ganz unauffällig um, würde ich sagen. Und gucken, ob wir irgendwo nächtigen können. Und dann geht's auf wieder in die Wüste. So, das, äh, 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 genau. Das war ein... Was, du, das Gästehaus? Ja, Hotel Oase. Ja, 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 20 Ruine. Komm, mach mal ein Hautpflegeprogramm. So, wir haben ja das Geld. Bis am Morgen. Hm, du bist viel muskulöser, als ich erwartet hätte. Fast wie ein Woi. Ähm. Ähm. Oh, wir haben Energie dazu bekommen. So, Wotter. Hihi. Gut geschlafen, ja. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Also, gib gut Acht. Zwinker, Smiley. So, steckt das wieder weg. Das will ich hier grad nicht sehen. Ähm. Ich will auch ne, ne, anderen Waffe dann kämpfen. Zum Beispiel mit der. Ja, meine verrostete Hellbade. Na ja, komm, behalten wir es erstmal noch drinnen. Und dann werden wir mal weitersehen. So, da ziehen wir uns oben. Und hoffentlich laufen wir, das müsste, glaube ich, das da sein, oder? Ne, da. Da haben wir das Sand, äh, Ruppenrennen. Guck mal, wie schön das gleiche alles wieder ist. Boah, warte mal. Guck mal. Nice. Nice. Das ist cool. Warum ist denn ausgeräuscht jetzt meine Nase verstopft? Das ist... Unpraktisch gerade. Let's see. Hier haben wir noch einen Schrei. Okay. Ich probiere mal was. Schade. Ich probiere noch mal was. Hätte ja sein können. Wäre schön gewesen. So, okay. Schabone. Schon wieder, du belästige Pajo gefälligst nicht. Der Titan ist fort und wir können endlich wieder rennen, die Rennstrecke nutzen. Pajo konzentriert sich, um sich auf das Sand-Truppenrennen vorzubereiten. Oder? Oder willst du dich am Rekord der ungeschlagenen Pajo versuchen? Du hast noch nie vom weltberühmten Sand-Truppenrennen gehört? Hätte nicht gedacht, dass es so jemand noch gibt. Unglaublich. Oder Pajo? Man steuert eine Sand-Truppe und versucht auf dem Weg zum Ziel bestimmte Tore zu durchqueren. Das ist das Sand-Truppenrennen. Wenn man seine Sand-Truppe verliert oder die Strecke verlässt, ist man natürlich disqualifiziert. Pajo's Rekordzeit liegt bei einer Minute und 30 Sekunden. Wenn du den Rekord schlagen kannst, gehört die Tore für ihr dir. Diese ganz besondere Trophäe wurde in den letzten 10.000 Jahren von Champion zu Champion weitergereicht. Sieh dir unseren jetzigen Champion nochmal genau an. Das ist Pajo. Willst du dich am Rekord? Ja, komm. Ganz vergessen zu erwähnen, die Gebühr... Ja, 50 Rubine. Ja, komm mal ja. Deine Einschau gefällt mir! Entschuldigung. Ja, genug geredet. Lass das Rennen beginnen! Okay, gut. Das wird ja super. Nice. Ich find's schön, dass grad wieder geschrieben wird. Und ich das wieder nur über dem Rechner sehe, aber dort, wo es eigentlich angezeigt werden soll, nicht angezeigt wird. Das ist wieder spitze da. Das mache ich nach dem Rennen. Das versuche ich nach dem Rennen zu... 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 Wird er es schaffen, den bisherigen ungeschlagenen Rekord des Champions zu brechen? Die Bestie der Wüste. Die Sandtrop ist bereit. Erreichst du das Ziel in einer Minute und 30 Sekunden ohne ein Tor auszulassen? Also dann, wir zählen... Zählen wir die Sekunden bis zum Start. Okay, ich hab keine Ahnung mehr, wie es funktioniert. Ich hab schon mal die besten... Okay. Gut, das sollte halt sicher kein Problem sein, hoffe ich. Äh, wohin geht's als nächstes? Da, geradeaus. Okay. So, komm, weiter ab, 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 ab. Das... Jetzt ist es noch eigentlich relativ easy. Würde ich sagen. So, ne? Ähm. Schön schnittig nehmen. Ja, schön. So, ein Drittel haben wir schon mal weg. Komm, 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 komm. Ich drück doch... Ah, oder muss ich was anderes drücken? Okay, gut. Ich... Wo ist das nächste da vorne? Hoffe ich. Statt irgendwas da, wie viele Tore man erreichen muss? So, hi, moin. Geil. Ey, das ist nicht fair. Ah, nice, cool. Jetzt geht's erst mal hier durch. Moin, Jungs. Hallo, na? Er ist halt 180 durch die Ortschaft. So, wie es sich gehört. Oh, davon ist das Ziel. Ah, eine Sekunde, 30. Äh, eine Minute, 30 Sekunden. Pfff. Ah, meinet man, du kannst die Regel nicht... Das Trend ist vom... Pfff. Was? 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 So, ich werde mal nebenbei jetzt erst mal gucken, warum mir ja beim Chat nichts angezeigt wird. Gut, starte ich nochmal neu. Die ganze Schoße hier. Du musst alle Tore auf den Kurs passieren, sonst wirst du disqualifiziert. Haben nicht alle Tore? Was? Nein! Ja, willkommen im Chat. Warum ist das so gemein und zeigt mir nicht, was geschrieben wird. Das ist doch schon wieder so. Nein, 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 ein Abbruch. No, live. Jetzt zeigt mir an, was die Leute schreiben. Das wäre super. No shit. Moment, das haben wir gleich. Ich werde mal kurz aufstehen und ich bin gleich wieder da. Mist hier. Belasten. Ich glaube, ich muss mir früher oder später, wenn ich das so machen will, mal... Nein, jetzt hat er den Ton angemacht. Hey, Moment, pscht, aus. Äh, shit. So. Äh, wo ist denn jetzt meine... Wo sind die Kopfhörer da? Gut. Okay. Ich hoffe, das klappt jetzt. Wenn nicht, dann ist das ja... Da muss ich weinen. Ganz laut. Du musst alle turnen. Okay. Insgesamt sieben. Sieben? Ich hatte, glaube ich, sechs Eintorbig vergessen. Komm. Ich will's nochmal probieren. Los, komm. Ja, los geht's. Uh. Ja, los. Komm, 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 komm. Hehehe. Hehehe. Die Entspannung... Äh, die Anspannung... Ja, komm, das hatten wir alle schon. So. Jetzt fassen wir mal ein bisschen auf. Ähm, dass wir das hier ja mal schaffen, nicht wahr? Ja. Ja. Tor Nummer eins. Weil an sich ist es nicht so schwer, oder? Ich hatte einfach nur Glück. Tor Nummer zwei. So, bis jetzt habe ich, denke ich mal, noch nichts übersehen, ne? Hehehe. Ja, auch ziemlich peinlich für dich. Komm, komm wir neben... Ah! Psst, aus. So. Tor Nummer drei. Ah, das... Das rechts habe ich wahrscheinlich übersehen. Guck mal. Ah, jetzt hier ein bisschen rein. Und jetzt ab durch die Mitte. Ich sehe nichts. Ah! Easy! Das ist gemeint! Ich hab's... Ja, easy. Nochmal. Ich... Ich krieg das Gefühl nicht, dass wir noch... Ah, ne, 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 alles. Perfekt! Der Weg war zu einer Stelle, als die wir genommen haben. Oh, ja, ja, ja. Und damit haben wir alle... Und haben's auch lockerflockig geschafft. So, easy! Hui! Eine Minute 60 Sekunden! Ein, ein, ein neuer Rekord! Will? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Es gibt einen Spruch, den seit 10.000 Jahren jeder Champion zu seinem Nachfolger weitererzählt. Wenn die heilige Kugel den Socken prangt, der Auserwählte neue Kraft erlangt. Bislang wurde diese Kraft allerdings noch niemandem zuerteilt. Mehr jedenfalls nicht. Aber du bist irgendwie anders, das kann ich spüren. Du solltest es versuchen. Ja, mein neuen Champion! So. Ich glaube, da braucht man nichts öffnen. Jawoll! Das ist belastend. Okay. Nein. Nein! Okay. Tschüss! Ah, so stark war das gar nicht. So. Ah, jetzt müssen wir warten. Und auf geht's weiter. So, ich hoffe, ich stehe richtig. Ja, das könnte... Das könnte... Warten wir einfach mal. Ob das auf einen Schlag schon ausreicht. Das wäre auf jeden Fall... ...bärblich. Das ist natürlich schade, ne? Gut. So. Äh? Ja, und noch einmal. So, jetzt schauen wir mal hier. Gucken wir mal hier. Das sieht doch gut aus, oder? Hm. Das war ein Schlag zu viel. Gut, okay. Eins, zwei, drei, vier. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ach, maaaannn. Oh, Mann. Kommt ihr doch jetzt mit sowas. Ah. So. Hä? Ach so, ich bin ja auch ein Vollidiot. Mach mal das damit, weil das tut nichts so, dass es nicht so tragisch wird, wenn das kaputt geht. Nein. Nein. Nein! Nein! Okay. Oh, jetzt wieder warten. No, 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 no. Hi. Gut. Na, komm, einfach drauf. Was soll schon schief gehen? Wann mal sechs, komm, hier. Wir stellen uns dahinter hin. Was soll schon passieren? Als ob es jetzt Nacht wird. Spater, natürlich. Mhm. 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 Das ist gut. Wenn man hier so auf vier kommt. Bleib da. Das ist ziemlich... Das ist ziemlich scheiße, muss ich sagen. Das macht keinen Spaß. Ähm. Aber wir müssen das wohl machen. Ha. Weil... Sonst kriegen wir nämlich nicht die 100%. Bleib stehen. So. Bleibst du bitte mal... Ich roll noch die Kilometer. Tja, hier. Ja, das macht nämlich Spaß. Okay. Bleib jetzt bitte da stehen. So. Nein. Ob da ist nochmal jetzt schon... Ja, okay, das war es jetzt endgültig. Yo. Wo rollt man eigentlich abwahl hin? Warum muss man denn jetzt eigentlich... Warum kann ich einfach sagen? Okay. Komm. Ja. Okay, komm. Wir rollst jetzt noch ein bisschen. Und zwar... Da liegst du gut. Wir probieren jetzt erstmal auf einmal reicht. Bitte. 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 Kann ich einfach mal schochen. Aber... Ichби bin. Ich Kan. Untertitelung des ZDF, 2020